Hallo, in diesem Video möchte ich Ihnen eine Software von Microsoft vorstellen, die eigentlich ziemlich gut ist, obwohl Microsoft sie so behandelt, als wäre sie ein ungeliebtes Kind. Entwickelt ab 1996 konnte man sie anfangs nur zusätzlich installieren, also man musste sie aus dem Internet runterladen. Ab 2001 war sie dann standardmäßig mit Windows ausgeliefert worden, damals Windows XP. Aber da hat sie nicht mal einen eigenen Link im Startmenü bekommen, man musste schon wissen, dass sie da war, um sie überhaupt aufrufen zu können. Wie dem auch sei, die Software ist klasse und für den entsprechenden Einsatzzweck wirklich gut geeignet. Welcher wäre, dass sie ihren Bildschirminhalt für andere Nutzer freigeben können. Klar, haben wir sowas schon in anderen Videos auf SemperVideo.de für Windows und auch für Ubuntu schon vorgestellt, aber all diese Methoden hatten zwei Nachteile bzw. das jetzt hier vorgestellte NetMeeting verfolgt einen anderen Ansatz, der ihnen eventuell besser gefällt. Der erste Punkt ist der, dass bei den anderen Desktop-Sharing-Tools immer nur eine Person auf ihren Bildschirm schauen konnte. Bei NetMeeting ist das nur durch die Bandbreite ihrer Internetanbindung beschränkt. Sprich, es gehen auf mehrere User gleichzeitig auf ihren Bildschirm. Der zweite Punkt ist der, dass bei den anderen Tools immer der komplette Bildschirm freigegeben werden musste. NetMeeting erlaubt es ihnen darüber hinaus, das Ganze auf eine oder mehrere Anwendungen zu beschränken. Durchaus sinnvoll für den einen oder anderen. Starten wir erstmal das Programm. Das ist ja ein Windows XP-Rechner. Wir klicken auf Start, gehen auf Ausführen und geben im öffnen Dialog conf.exe ein. Conf reicht wahrscheinlich auch. Klicken auf OK. Beim ersten Mal muss das Programm noch konfiguriert werden. Das ist auch der Grund, warum wir keinen Link auf unserem Rechner vorfinden. Wir klicken also erstmal auf Weiter, können jetzt hier unseren Namen eingeben. Das müssen wir in Grundzügen auch machen. James Bond irgendetwas. In dem Moment können wir erst auf den Weiter-Button klicken. So, dann können wir hier angeben, ob sich NetMeeting bei den offiziellen Verzeichnis-Servern anmelden soll. Das lasse ich jetzt mal beides weg. Ich weiß nicht mal, ob die überhaupt noch online sind. Und sind auch nicht wirklich wichtig. Für den Fall der Fälle, dass man nicht mit Wildfremden chatten möchte. Ich wähle jetzt hier die Netzwerkverbindung aus. Hier wird nämlich dann angeboten, dass eine Verknüpfung auf dem Desktop und in der Schnellstartleiste erstellt wird. Den Desktop lasse ich jetzt mal angeklickt. Also weiter. Als nächstes der Audioassistent. Man kann mit dem Tool auch Voice-Chat und Bild-Chat betreiben. Oder Video-Chat. Das werde ich natürlich in diesem Video jetzt nicht zeigen. Darum geht es jetzt hier nicht. Ist aber grundsätzlich möglich. Und deswegen versucht der Audioassistent gerade meine Soundkarte zu finden. Das klappt jetzt hier nicht so ganz. Deswegen überspringe ich das jetzt hier. Und damit ist die erste Konfiguration abgeschlossen. Und das NetMeeting-Fenster öffnet sich. Im weiteren Beispiel soll dieser Rechner jetzt hier den Server stellen. Beziehungsweise den Computer, auf den wir zugreifen möchten. Brauchen wir also einen weiteren XP-Rechner. Das soll dieser XP-Rechner hier sein. NetMeeting ist schon installiert. Die IP ist schon wie eine Art Telefonnummer hier oben eingetragen worden. Das heißt, wir brauchen jetzt hier nur noch auf den Telefon-Button zu klicken. In dem Moment kriegen wir hier die Mitteilung, dass wir auf die Antwort dieses Rechners warten. Schalten wir nochmal um. Hier oben eingehender Anruf. Wir brauchen also nur noch auf den Annehmen-Button zu klicken. Und schon steht die Konferenz. Hier sind die zwei Teilnehmer jetzt drin. Und hier sehen wir genau das gleiche Bild. So, wenn wir jetzt eine Video-Einrichtung hier an diesem Rechner angeschlossen hätten und das entsprechend freigegeben worden wäre, dann wäre hier dieser Button klickbar. Dann würde man jetzt hier auch noch das Bild des anderen sehen. Wahrscheinlich von seiner Webcam. Schauen wir uns an, was wir alles für Möglichkeiten haben. Der zweite Button hier, wenn wir drüber fahren, kriegen wir das Ganze angezeigt, ist der Chat-Button. Das heißt, wir klicken einfach drauf, können eine Nachricht eingeben, einfach Enter-Taste drücken und auf dem anderen Rechner kommt das Ganze ganz normal an. Die zweite Möglichkeit, wir haben ein sogenanntes Whiteboard. Im Grunde ein Paint-Modul. Das heißt, ich kann jetzt hier irgendetwas hier hinmalen und auf der anderen Seite wird das Ganze entsprechend angezeigt. Also ganz hervorragend für Teamwork arbeiten. Und jeder hier kann da rummalen. Das heißt, auch jetzt der andere XP-Rechner kann natürlich sagen, nachdem er den Stift angewählt hat, rote Farbe, nein, das ist alles totaler Schrott, was du da malst. Mein Bild ist viel besser. Bis die sich also auf irgendeine Meinung geeinigt haben. So, was bietet NetBeating sonst noch? Dateiübertragung. Klicken einfach drauf. Wir suchen uns eine Datei aus oder einen Ordner. Wobei das jetzt der Button für die empfangenen Dateien war. Hier muss ich drauf drücken. Jetzt kann ich mir ja die Datei suchen, die ich brauche. Nehmen wir einfach mal diese Datei. Datei senden. Geht relativ fix. Ist ja auch eine LAN-Anbindung. Und hier ist die Datei dann direkt angekommen. Öffnen. Und wird das Ganze hier direkt angezeigt. Kommen wir zu dem eigentlichen Hauptfeature. Wir möchten also eine Anwendung freigeben. Da klicken wir hier unten auf diese Anwendung mit der Hand darunter. Freigabe. Erstmal öffnen wir natürlich die Anwendung. Ich zeige das jetzt hier einfach nur mit dem Editor. So, ich schiebe das mal hier oben hin, damit man nachher gut sehen kann, dass Sie also den Editor sehen, aber eben die Anwendungen drumherum, die sehen Sie nicht. So, ich klicke also auf den Freigabe-Button. Da haben wir hier die entsprechenden Optionen. Und hier sehe ich jetzt, was ich freigeben kann. Ich kann natürlich den ganzen Desktop freigeben. Das ist dann so ziemlich das Gleiche, was wir in den anderen Videos zu den Desktop-Sharing-Programmen hatten. Oder natürlich in diesem Fall jetzt nur den Editor. Klicken wir den an. Gehen wir auf Freigabe. Jetzt können wir hier unten nochmal angeben, ob wir die Steuerung zulassen. Das heißt, kann der andere nur zuschauen oder kann er eventuell selbst mit einschreiten. Ich lasse jetzt in diesem Fall die Steuerung zu. Klickt er also drauf. Dann können wir hier nochmal weiter spezifizieren. Eine Steuerungsanfrage des anderen. Wird die automatisch angenommen oder eben ist das momentan gesperrt? Er kann gar keine Anfragen stellen. So, ich lasse das beides weg. Wir schließen das. Wir schalten um. Und schon sehen wir hier, was er sieht. Ich kann das Ganze jetzt hier theoretisch auf Vollbildschirm fahren. Aber er sieht trotzdem nicht mehr. Er sieht nur den Editor. Und streng genommen nicht mal nur den Editor. Denn hier auf diesem Bereich, ist eventuell jetzt ein bisschen unklar zu erkennen, das ist eine andere Anwendung, die über dem Editor liegt. Wenn wir jetzt hier nochmal umschalten. Dann sehen wir nämlich, dass das Net-Meeting-Programm so halb über dem Editor liegt. Fahre ich das mal weg. Jetzt ist der Editor alleine zu sehen. Und jetzt sieht auch hier der andere genau den ganzen Editor. Wenn dieser Benutzer dann etwas beisteuern möchte, dann einfach auf Steuerung im Menü Steuerung anfordern anwählen. In dem Moment, wir sehen es jetzt quasi schon hier, ist ein Pop-Up-Fenster auf dem anderen Fenster aufgegangen. Das ist jetzt ebenfalls wieder den Editor überlagert. Hier ist das Pop-Up-Fenster. Sean Connery möchte die Steuerung übernehmen. Nehmen wir jetzt mal an. Schauen wir mal, was er zu sagen hat. Und Sean kann er jetzt hier auch tippen. Wahnsinnig sinnvoller Text. Und hier kann das Ganze dann eben gefalz gelesen werden. Das Ganze ist natürlich nicht nur auf eine Anwendung beschränkt. Wenn ich jetzt noch zusätzlich den Törschenrechner starte, schieben wir den mal nach unten. Und den möchte ich auch freigeben. Dann wieder genau das Gleiche. Jetzt haben wir hier noch den Rechner. Gebe ich den auch frei. Jetzt haben wir hier die zwei Programme gecheckt. Steuerung. Standardmäßig ist die jetzt ebenfalls freigegeben, weil wir sie ebenfalls eben freigegeben haben für das andere Programm. Das heißt, diese Rechte werden vererbt. Also lasse ich das jetzt so. Klicke ich wieder auf Schließen. Und der andere kann hier auch wieder den Kalktaschenrechner sehen. Also ein ziemlich gutes Programm, wenn man mal mehreren Zuschauern etwas auf dem eigenen Desktop zeigen möchte. Wie gesagt, nur unter Windows XP ist das Programm dabei. Für Windows 2000 kann man es von der Microsoft-Website runterladen und nachinstallieren. Für Windows Vista und Windows 7 ist eine Installation ebenfalls möglich. Allerdings nicht ganz untricky. Zeigen wir in einem anderen Video. Das Programm ist ja nun inzwischen wirklich nicht mehr neu. Insoweit hat Microsoft einen Nachfolger entwickelt. Kann man ebenfalls von der Website runterladen. Zeigen wir in einem anderen Video. Okay?